Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von Eliad Weaver live. Wir haben heute den Freitag, den 7. Juni um 10.30 Uhr und heute beglücke ich Sie mit einer umfangreichen Analyse des Bitcoins. Ja und bevor ich das tue, noch ein kurzer Hinweis. Es ist derzeit ausgesprochen spannend auf den Märkten. Wir können erkennen, dass die Indizes, der DAX Index, der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones, aber auch der Euro-US-Dollar, das WTI Crude Oil, das Gold und das Silber, die stehen alle an einem ganz besonderen Punkt, an dem sich jetzt unmittelbar entscheidet, wohin die Richtung geht. Und wenn Sie dabei sein wollen, diese Richtung zu erkennen, zu erfahren, ja, dann buchen Sie die Analysen von mir auf der Seite eliatweber.live. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre an der Börse tätig und habe eine sehr langjährige Erfahrung mit der eliatweber-Analyse. Die Märkte, die Sie hier buchen können, das sind auch unter anderem genau die, die ich eben aufgezählt habe. Das ist natürlich kein Zufall. Sie können die alle im Paket buchen, dann sparen Sie unter dem Strich bei einer zwölfmonatigen Zahlweise 50% des Monatspreises. Das ist eine Menge. Das ist der DAX, der Nasdaq, der S&P, der Dow Jones, der Euro-US-Dollar, das Natural Gas, WTI Crude Oil, Gold und Silber und jetzt gerade ausgesprochen spannend. Und noch ein Tipp, ein kostenloser Tipp, der Telegram-Kanal, den Sie unterhalb dieses Videos in der Beschreibung verlinkt finden. Da sind weit über 700 Trader mit einem regen Austausch über die Märkte. Da werden sehr viele Charts und Analysen hochgeladen. Ich bin auch immer mit dabei. Das heißt, dort können wir uns wirklich fantastisch austauschen. Nehmt teil daran, denn das ist eine lebendige Community, wo es dann auch Spaß macht, seine Ideen miteinander zu teilen und auszutauschen. Man kann sehr viel dabei lernen. Also erstens Analysen buchen. Das ist für Ihr Trading einfach das Beste, was Sie tun können, denn Sie sitzen nicht vor dem Chart und fragen sich, was jetzt nun passiert, sondern es kommt Ordnung in den Chart. Und ich zeige ja immer wieder, wie sauer es aussieht. Hier zum Beispiel nehme ich das Beispiel des Nasdaq wieder. Da habe ich einen sehr ausführlichen Text schreiben müssen, hier zu diesem Thema. Da sehen Sie ein Beispiel, weil wir hier jetzt eine ganz kritische Zone haben. Hier an der roten Linie, Make-or-Break-Linie genannt. Da entscheidet sich jetzt, geht er durch oder geht er runter. Und Sie bleiben ständig auf dem Laufenden. Ich begleite das und zwar jeden Abend um oder vor Börsenschluss mache ich diese Analysen im Stundenchart, im 4-Stunden-Chart. Und am Wochenende wird auch der Tagesschart und der Wochenchart hier nochmal aktualisiert. Aber hier sehen Sie zum Beispiel die Ausführlichkeit auch, weil das hier, da beschreibe ich auch genau, was die Möglichkeiten passieren können. Und das letzte Video, was ich zu dem Thema gemacht habe, wird auch immer noch mit dran gehangen. Soviel also zu diesem Thema. Jetzt gehe ich einen Schrittchen weiter. Und zwar haben wir dann hier den Bitcoin. Ja, und das wird etwas umfangreicher, denn ich will Sie natürlich mitnehmen und verschiedene Möglichkeiten besprechen. Schauen wir uns den erstmal hier an. Und da muss ich mal eins von vornherein vorweg schicken. Hier fängt in diesem speziellen Chart, der von FXCM ist, das heißt die Kurse sind von FXCM, der geht hier leider nur zurück bis 2017. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Historie größer. Für diese Zählung habe ich jetzt hier diesen Referenzpunkt, dieser 0 hier genommen aus dem Dezember 2018. Und dann ergibt sich folgendes Bild. Wir haben hier eine Welle 1 auf dem Top. Und diese Welle 1, die war im Jahr 2021 im November. Aber die speist sich hier aus dieser 1, 2, 3, 4, 5. Hier 3, 4, 5. Oder aber wir machen das hier letzten Endes. Dann sieht das so aus. Dann haben wir allerdings hier eine relativ große 4, aber mit 54% ist das noch okay. Kann man machen. Und dann haben wir hier wiederum 1, 2, 3, 4, 5 in dieser 3 und so pflanzt sich das Ganze dort. Hier kam dann das Tief im Jahr 2022. Das war die FTX-Pleite damals. Mit einer ABC und auch hier die Unterwelle noch diese ABC. Jetzt mache ich das ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir hier lang so ABC und hier eine 1, 2, 3, 4, 5. Wobei ich diese Welle 1 und 2 eher hier hinsetzen würde. So. Dann sieht das harmonischer aus. Und dann kommt das absolute Tief, was wir hatten bei 15.595 bei den Kursen von FXCM. Und dann geht es weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das ist wichtig. Deswegen habe ich das jetzt auch so hier gemacht, damit Sie das erkennen können. Hier ist die Welle 2. Diese Welle 3, dort wo die jetzt gerade positioniert ist, würde diese Welle 161,8% der Welle 1 machen. So zählt man eine Welle 3. Das wäre sozusagen, wenn der Kurs nach Lehrbuch ansteigen würde, in einer idealen Welt, würde die Welle 3 161,8% machen. So weit, so gut. Diese Welle 3 hat ja wieder Unterwellen. Diese 1, 2, 3, 4, 5. Aber jetzt ist hier, hier entsteht jetzt eine größere Frage. An dieser Stelle, Punkt 1 ist, ist diese Welle 1 wirklich schon vorbei? Weil es könnte sein, dass wir hier eine 1 haben, eine 2, eine 3, eine 4 und dann eine 5. Das heißt, es würde noch einmal hochgehen. Ich mache jetzt diese Wellen hier weg. Und jetzt würde ich sie da so durchführen, wie ich das auch erlebe, wenn ich jetzt vor diesem Chart sitze. Das ist nämlich immer die Frage dann. Also, ich will es noch einmal zeigen. Hier unten die Welle 2. Jetzt könnte hier eine Welle 1 zu Ende gegangen sein. Dann kommt hier eine Welle 2. Jetzt könnte hier eine Welle 3 zu Ende sein. Hier eine Welle 4. Und dann oben eine Welle 5, die dann in die nächste Welle, in die rote Welle 3 einbiegt, die wir hier oben gesehen haben. Dann würde das letzten Endes so aussehen. Ich zeige Ihnen das mal genauer. Dann würde das hier landen. So. In dem Fall hätte diese Welle 4 an dem hier eingezeichneten Tief auch sehr schöne 35,4% gemacht. Und wir könnten jetzt wieder steigen, sobald der Kurs jetzt hier über dieses Hoch hier hinaus geht. Denn hier ist die Entscheidung. Oder, das ist jetzt die Bandbreite, in der wir uns bewegen, zwischen diesem Hoch und diesem Tief. Das ist das Spielfeld, was gerade bespielt wird. Dann wäre das eine sehr schöne Korrektur hier. Würde aber die Welle 1 hier vorbei sein und ich setze diese Welle 2 hier dran, dann hätte diese Welle 2, die im Idealfall 61,8% Korrektur der Welle 1 macht, da hätte die nur 29,8% gemacht. Oder aber, eine dritte Möglichkeit wäre, diese Welle 2 ist noch gar nicht fertig, die geht noch mal runter. Aber dazu muss hier oben dieses Hoch idealerweise halten. Das ist nur bedingt richtig. Ich zeige das aber jetzt noch mal genau. Wenn nämlich diese Welle B hier eine überschießende Welle B wird, in etwa so, dann haben wir es mit einem X-Manet-Flat zu tun. Und dieses Bild haben wir derzeit auch möglicherweise in verschiedenen anderen Märkten, wie ich anfangs dieses Videos schon erwähnt habe. In dem Fall könnte dies noch so entstehen. Aber im Großen und Ganzen darf diese Welle B natürlich nur ein Stück weit überschießen und nicht ins Uferlose nach oben gehen. Irgendwo so in diesem Bereich hier. Das heißt, hier oben, das ist noch keine abschließende, ultimative Make-or-Break-Linie, sondern wenn es sich hier um ein X-Manet-Flat handelt, in dem eine Welle B überschießt, dann wäre das noch möglich. In dem Fall wird auch die Welle A dreigliedrig. 1, 2, 3 und nicht 5-gliedrig, wie das in einer normalen ABC-Sick-Sack-Bewegung wäre. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist richtig oder falsch? Ich lasse das jetzt mal eben so stehen und zeichne jetzt hier in diese Welle 1 die Unterwellen ein. Wenn ich das tue, dann sehe ich hier die 1, 2, 3, 4, 5. Diese Welle 3 hier hätte in diesem Fall fast oder sehr schön die 161,8% erreicht. Also zwischen 138,2 und 161,8%. Wäre diese Welle 1 erst später fertig, dann würde dadurch, wenn die Welle 3 hier oben wäre, dann hätte die über 300% gemacht. Das darf eine Welle 3, aber es würde sich jetzt in dem Moment nicht so harmonisch in mein Wellenbild einfügen. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, was kann passieren. Und ich würde, damit das Ganze auch handelbar und zu traden ist, Folgendes vorschlagen. Ich bleibe jetzt erstmal hier oben bei dieser MOB-Linie. Wie ich schon sagte, die darf nochmal überschritten werden, wenn es sich um eine überschießende Welle B handelt, aber sie muss nicht. Aber wenn diese Make-up-Reglinie jetzt erstmal hält, dann sehen wir nochmal, bevor es nach oben geht, hier unten ein weiteres Tief. Wobei wir dann die Welle C messen müssten. Und diese Welle C, die macht dann meistens hier zwischen, ich würde mal sagen, eher 123% als 160% oder 180%. So, dann könnte das in diese Richtung laufen, letzten Endes. Das ist die Möglichkeit. Und wenn man das jetzt handeln möchte, macht das insofern Sinn, man könnte jetzt hier oben, da wo diese MOB ist, diese MOB als Stopp nehmen. Wohlwissend, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt zu beachten, damit Sie das nicht falsch interpretieren, was ich hier sage. Wohlwissend, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ich hier oben rausfliegen kann, durchaus groß ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko in Euro gemessen, aber sehr klein. Und auf der Profit-Seite habe ich aber ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, was durch wesentlich größer ist. Das heißt, man testet das hier erstmal an. Was ich unter dem Strich damit sagen möchte, ist folgendes. Wenn ich trade, mache ich es oft so, dass ich erstmal hier einen, ich nenne das gerne Testballon, mit geringem Risiko in Euro starte. Das heißt, ich würde mir jetzt hier irgendwo, wo sind wir gerade, wir sind hier, hier würde ich mir jetzt eine Position suchen, würde hier einsteigen. So, das ist mein erster Versuch. Ich steige sehr klein in den Markt ein, also ich mache jetzt keine große Position und hier oben, genau an dieser roten Linie, würde ich meinen Stopp setzen. So, wie ich schon sagte, die Wahrscheinlichkeit rauszufliegen ist sehr hoch, weil ich behaupte hier nicht, dass der nicht da drüber geht. Und ich würde als, mein Mindestziel wäre hier, das darf aber auch weiterlaufen, das hier wäre also mein potenzieller Ausstieg. Hier wäre mein Einstieg, hier mein Ausstieg, hier oben mein Stopp. Das ist Test Nummer 1. Denn auch zu testen und auch damit das Risiko zu haben und auch Verluste zu machen, gehört zum Traden dazu. Das Geheimnis besteht immer nur darin, diese potenziellen Verluste so klein wie möglich zu halten. Denn dieses Verhältnis zwischen dem auf der Risikoseite und dem hier auf der Gewinnseite ist halt eben fantastisch. So, wenn der Markt jetzt hier oben durchgeht, dann heißt das im Prinzip, wir machen gerade hier oben eine weitere Welle 1 oder wir machen erst diese 1 fertig. Das wird sich hier an dieser Stelle entscheiden. Dann guckt man sich die Analyse wieder an und macht ein kleines Update. Das heißt, es geht noch ein Stückchen höher und es geht dann erst runter. Wenn wir jetzt aber fallen, dann werde ich meinen Profit einkassieren. Gehe dann hier unten wieder in diesen Bereich rein. Das zeichne ich mal ein hier. Das wäre dann die Range, die erreicht werden kann hier. Innerhalb dieser Range würde ich wieder einsteigen. Dann mache ich jetzt eine sogenannte Einstiegs- oder Buy-Boxin, wie ich die immer für meine Abonnenten einzeichne. So, und dann würde ich hier wieder meinen Stopp hier unten setzen. Hier unten. Da am Fuß der Welle 2. Das wäre dann auch die neue Make-or-Break-Linie. Und dann würde ich natürlich, wenn der so tief geht, dann kommt hier eine große Welle 3. Ich mache das mal hier kleiner, damit man das sehen kann. Das heißt, das wäre das Risiko. Dann würde es nochmal weiter hoch gehen. Wobei man hier natürlich dann idealerweise einsteigen würde, wenn der sich ein bisschen weiter nach unten bewegt. Und nicht nur hier mit 40 Prozent, sondern wenn die Welle 2 wirklich hier die 61,8 Prozent machen würde. Denn ansonsten wäre das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht besonders gut. Aber das ist halt eben jetzt die große, große Frage beim Bitcoin. Und der eine sagt, es geht hoch, der andere sagt, es geht runter. Aber keiner erklärt euch genau, was ist denn jetzt gerade die Situation. Denn wir müssen jetzt eins festhalten. Hier oben wird es gerade schon relativ knapp. Aber solange dieses Hoch nicht deutlich und nachhaltig auf Tagesschlusskursbasis genommen worden ist, bleibt die Situation offen und kritisch. Wir sind weder durch, man kann aber auch nicht behaupten, wir gehen sicher runter. Wir befinden uns, und damit habe ich das Video begonnen, in den Märkten gerade genau auf Kante. Genau am Punkt der Entscheidung steigen oder fallen wir. Und das haben die allermeisten Märkte genau in diesem Moment gerade gemeinsam. Und das wollte ich euch hier nochmal an Bitcoins zeigen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, knappe Nummer, aber kann man machen. Oder man verzichtet drauf und wartet ab und stellt sich an die Seitenlinie, bis es Klarheit gibt. Aber wann gibt es schon mal wirklich Klarheit? Risiko habe ich immer beim Handel. Ich handel erst Chance 1. Wenn die kaputt geht, handel ich Chance 2. Auf diese Weise kann es zwar passieren, dass ich einmal rausfliege, zweimal rausfliege und es könnte sogar dreimal sein. Immer mit knappem Risiko. Das heißt mit knappem Stopp und immer mit wenig Euro Verlust. Und dann habe ich die Möglichkeiten ausgeschöpft, die der Markt mir anbietet. Und dann kommt der Trade, wie der zum Beispiel, der das alles vergessen macht und ein Vielfaches wieder reinbringt. Und dann ist es wichtig, falls das hier passieren sollte, hier nicht direkt schon hier unten kalte Füße zu kriegen, weil der geht ja dann einmal hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn er das macht und dann runter geht, da kriegen ich schon ganz viele kalte Füße und gehen dann wieder raus. Besser ist es zu sagen, okay, alles klar. Wenn ich hier es schaffen sollte, nachdem das hier abgeschlossen ist, dieser Trade nach unten, wenn ich dann Long gehe, sollte die Situation eintreffen, das ist ja momentan noch nicht ausgemacht, dann mache ich einen Teilverkauf hier, warte ab, mache einen Teilverkauf hier, warte ab und verkaufe einen dritten Teil da oben anschließend. Ja, falls der Markt sich das anders überlegt. Aber einfach jetzt hier rein raus, rein raus zu gehen, das ist ein Problem. Hin und her macht Taschen leer. Das sollte man nicht vergessen. Ja, also es sollte jetzt nicht nur eine Analyse sein, die ich euch hier zeige. Es sollte vielmehr euch die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, die jetzt gerade in diesem unscheinbar wirkenden Chart liegen. Denn wenn man einfach so auf den Chart drauf schaut, dann weiß man das nicht. Ja, und die Elliot-Welle-Methode und das, was ich hier mache, das verschafft hier Überblick und Ordnung im Chart. Und deswegen mache ich das. Ich lade euch also ein, die Analysen zu buchen auf elliottweber.live. Und ich freue mich besonders auf euch im Telegram-Kanal, da haben wir noch eine tolle Zeit dann gemeinsam. Macht es gut, habt ein schönes Wochenende und es grüßt euch der Frank Schuh von Elliot-Welle-Weber-Live. Und ich freue mich besonders auf euch.